Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wieder Granny, aber dieses Mal mit Mikrofon. Diesmal habe ich nicht reingesuckt, habe vergessen, mein Mikrofon zu entstummen. Yay. Jetzt kann ich auch kommentieren und Tipps geben für die, die euch die ersten nicht kennen. Vulcano ist heute auch dabei wieder. Yay. Ich habe euch versprochen, ich nehme wieder mit den auf. Ich habe es getan. Ich, ja, es stimmt auch. Und jedes Mal, wenn ich aufgenommen habe, warst du noch am Pennen. Oder nicht online, anders gesagt. Ey, ja, weil ich noch keine Zeit habe, da kommt man mit Schroppwinterhalter. Was? Was schroppwinter? Wen hat schon eine Schroppwinter? Äh, ist das super? War am Schroppwinter. Ach so. Und hier muss ich wieder eine Riesenmenge rausschneiden, Leute. Wenn ihr euch fragt, wieso jetzt gerade nichts gelaufen wird. Vulcano hat mal wieder was gesagt, dass er nicht sagen darf. Nämlich hat er mir, keine Ahnung wie lange, vielleicht eine halbe Minute dann, einfach rassistische Sachen gesagt. Ah, so. So, so war ich nicht. Er... Hallo. Ich muss mal ganz kurz auf. Ey, Leute, ich habe schon, ich gebe euch guten Content, weil ja, ich fluche immer rum. Und die ganze Zeit er rumfluchen und dann muss er da rauskacken. Was ist das? Doorhandel. Ein R... Wie nennt man das? Doorhandel. Türgriff. So nennt man das? Wenn du mich tötest, dann tötest ich dein Content. Müssen wir das vertrauen. Ey, wir haben noch eine halbe Minute. Aber da steht noch eine halbe Minute. So wie kann das nicht sein? Ja, ganz einfach. Da steht mal zwei. Die Zeit gibt doppelt so schnell, weil Granny gekürtet ist. Ey, ja, fahrt, ciao. Nein, wir waren noch nicht. Wir haben 15 Sekunden. Maybe we're lucky. War da doch nicht so. Ich muss die Abkürzung nehmen. Obwohl das hätte ich nicht schaffen. 8 Sekunden. Ja, da kommt sie, sie hat das item. Aber wir haben 5 Sekunden. Nope. Nope. Sie hat das letzte item gehabt, aber sie rennt auch in die falsche Richtung. Anna, nein, eigentlich nicht. Okay, das war... Nein, das war jetzt der Start darunter. Das ist eine gute Runde. Und wo haben wir an genug gesagt, ich habe das ein... Einlöschen. Lassen 50 Leute drin. So, ja... War eine gewahrne Warnung. Eine Warnung. Ich gucke direkt. Wenn der Granny ist, weil der halt ein Quitter ist. Der spielt nicht gerne das Coolste. Das Coolste ist für alle. Okay, wir kommen. Let's go speedrun. Oh, insane. Die Slender man hand. Let's... Wow. Moin Granny. Blinder my hand ist genau genannt. so nennt man es auch eigentlich ich mag mein kanal ich werde so viel wieso sollte die die haben oder anders gesagt den p haben wenn die weibliche ist aus den grammatik unterricht auf weiter das ist grammatik junge es kommt auf schlüssel schlüssel was kann sich auf schlüssel ich denke die muscheln nicht 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 der weißer nicht den anderen also hunde haben ja genau youtube youtube ich schwöre ich werde alles ausschneiden und ich schwöre ich schwöre er hat alles gemacht oder haram und die zwei video please also die ist nicht so nackt für mich was hast du für eine vorstellung über perversa ich halte abstand für mich gibt mir die ja 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 danke tschau du b wort alter hast den kiki gestohlen oder gebraucht mir dies war nummer uno was du passt du passt bombast sich zeit ein das ist so dumm da um hobs zu werden hast du gesagt hast du ja rücken an der hand hat endlich mal erwarten das habe ich noch nie gesehen ist es auch das loch im boden hat können die hand ich dachte so richtig richtig ich guck dir zu lenny 007 ag du schaffst es ich sehe aber das erwartet man doch hinter dieser tür ist jedes mal eine volle ich habe gerade gesehen dass du nur level 2 bis das geht gar nicht du bist ja ich bin das ich war auf meinem eigenen account als wir haben da das war so kann ich was ich weiß nicht was ich war durchsucht habe wenig aber wenig so gut geschrieben können die nieder und schoss der hat ich würde mal okay okay wenn du auf deinen schwören willst dann machst du das aber du bist du bist du bist doch gar nicht was ich dachte ich bin ich bin du hast nichts sagt du bist ein alter mann ein video ich muss so viel lieben guckt meine videos teilt sie auch damit macht ihr wenn ich 500 abonnenten habe dann bekomme ich fängt an damit dass ich geld bekomme ich brauche das geld ja und ich war für euch konnte ich bin ich will natürlich die videos schneiden und der typ dass sie aufnimmt und ich bin wenn du meinst du meinst das habe ich es nicht kommen sehen ich habe keine ehren gefunden wie hast du die gefunden die gibt es das ist ein herz mein ihres mittels egal ich wusste jetzt dass ich das stinkt das auto rein leider das auto ist das und dann was ist das für eine karte immer bis zum auto keine ahnung give me give me wenn ihr ich habe einen disco community server gemacht ihr könnt gerne join link mache ich in die beschreibung rein nur ganz kleines problem youtube will nicht den link zu einem link machen aber ihr könnt einfach wenn ihr pc sein ich weiß nicht wie man es auf ipad oder handy oder so macht wenn ich auf pc sein können die einfach mit der maus gedrückt und drüber gehen den kopieren im internet eingeben enter drücken und dann kommt ihr auf die website auf das gott dann kommt ihr instant auf das könnten könnte einfach nur kurz drücken und ihr seid schon immer so was außer wenn ihr noch kann das gott dann müsst ihr das wahrscheinlich noch kurz installieren ja man kann ich mich gestört halb ich habe wenn du raus gegangen wärst jetzt kannst du mit sollen und ist mehr anders dann direkt er wird der typ ist wieder gröning hier auf die sitze weil niemand ich habe schon so gut sucht ich ist ja nur weiter wie viel ist oder was das mich ein bisschen verwirrt ich weiß ja wie das möglich ist ich mache manchmal sogar granny weil auf dem server nur eine person drauf ist oder so und dann gehe ich da rein und dann ja nur noch eine person gegen mich dann ist die person granny und ich nehme sie ultra hauptseite ich habe die 3000 mal gejuckt einer und jetzt sind wir hier fünf leute gefühlt gegen eine granny und wer die ganze zeit ich habe ich bleibe dieser vogelfutter gefunden dafür fütter ich jetzt einen fremden vogel sagen wir heißt die werbung ist an uno kein sponsor kein sponsor doch sonst aber wenn ich raus schneidest wenn ich würde noch nicht kein sponsor eine ehre wo ich raus gerissen hat ein herz lamborghini 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 wir brauchen noch ein paar sachen machen aber und schneiden wo war denn noch bald sieht man das doch mal her ich habe vergessen das soll ja stimmt es gibt mehrere weiter eine tür was sagt noch was da ki haben wir noch machen ich dachte wo muss man haben wir hier haben wir hier nein aber nicht hier aber hier kann man durch stein perfekt haben wir hier nicht sein und dann gehe ich nach oben und schade da und habe das kann hier ist auch kein hammer also ich meine den namen sind ja noch nicht benutzt nein 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 stop singing da wie irgendwie flag typ ding da ihr kennen das lied aber weiß nicht wie ich weiß richtig ich habe ich habe ja ich habe ich werde frei mit ihr habt durch wir schweigen machen copyright ich glaube ich werde mehr zeit damit verbringen das video zu schneiden als dass ich froh sein werde dass das video geschnitten ist weil ich auch jetzt mit einem lamborghini die noch nicht hast wo ist der hammer einer mal 42 minuten noch das reicht 30 xp geworden ich bin so close also noch vier level dann bin ich level 150 und da kann ich als granny den grandpa spielen der jetzt da muss ich noch einmal noch mal 50 bekommen dann bin ich level 100 mathematik wie man es kennt und dann kann ich sein ich frage ich was für geile ability slenderin hat kann die teleporten kann ich gerne ich kann hier aus dem skin machen leute wenn dieses video die 50 aufrufe knackt in einem tag dann kommt direkt der nächste part weil ich so weil ich das sehe wenn ich morgens sehe das wurde kurz ausrechnen ja da nicht wenn ich das will ich mal nach von dem tag aus und ich es veröffentliche ein tag später weil ich gucke und wenn ich das hier 50 aufrufe oder zehn likes kommt der nächste part nach wenn ich instant vulkanus beim korn anrufen 1000 mal bis er abnimmt und wird mit dem die nächste folge aufnehmen schwöre ich werde das machen okay ich muss sagen wenn es morgen knapp und sollte noch mal sobald ich 50 aber werde ich live stream wahrscheinlich werde ich erst mal ein paar youtube live streams machen und später dann einen twitch account machen mit dem ich bald stream kann natürlich mit mir oder mit dem anderen ich finde schon wahrscheinlich mit diesem ja dann können wir kommen wenn es machen junge roblox community event ihr lasst privat call gehen dann das ist nicht in der fall von philipp und alex sollte wenn ihr mit mir spielen wollt dann scheint einfach meinen discord server dann ich werde ich bin häufiger okay ich sag nur so mal so ich muss kurz ausrechnen ist der vom 5 2 5 februar bis ausrechnen 5 plus 5 10 bis zum zehnten februar wenn ich mich jetzt nicht verzählte habe kann ich nicht mal videos aufnehmen schneiden oder sonst irgendwas machen denn dann bin ich fünf tage im urlaub und dann gibt es in dieser zeit könnt ihr ja immer noch gucken dass ihr der volkano dazu bekommt dass der youtube kanal macht dann könnt ihr das sein konnte dann gucken ich will nur sagen okay leute er hat eigentlich gar keinen bock da drauf und da hast du es so hart dass es einfach sagen würde und er hat mir gesagt dass der ausflug schweiß ist dass er immer den arm bricht ich habe mich gerade gemisst wo kann man was um das ist zustand schloss ist für leute sie ein bisschen wo das und fahren und rechts das zeichen für schießen ob ich habe keine muni mehr auch auch aber ich habe gehört wenn man wenn man es für das n-wort sagt vor ein vor einem äh schwarzen aber es war s-h-i-t verbrügelte sich eine Ahnung und die die sehen aus dem Leib kommt er kommt er kommt er mit dem Zeitpunkt ein Gürtel derzeit warte mal guck mal das ist besser aus wir sehen die outside world was ist das was ist das für eine horrorschule wenn man in einem untergrund punkter schule wo alles noch abgeranzt ist er hat den kommenden kommenden kommend ich habe keinen bock mit gedrückt so jetzt auch hierhin damit es so ist ein stein okay ich habe stein die sich umgebracht get juckt oh 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 nach diesem Video die wird nicht erwarten dass ich hier bin die kommt niemals rein war Vorsicht sag ich es also was nehme ich конечно alles aber das war wir wollte der fußball sehen wenn ich sage also ich habe gar keinen bock dass es fußballspiel zu spielen ich habe es schon mal mit ihm geschützt es macht absolut kein spaß absolute folter aber wenn wir mal ohne aufrufe dann mache ich das ok ich bin ich bin so nett einer 50 aufrufe das hat mein kanal schon geschafft bei meiner rache an flips wieso auch immer ein text eine minute video mein bestes video ist vielleicht wegen dem titel haben es viele leute angeguckt weil sie denken es immer so eine richtig krasse rache folge aber ist es aber auch nicht als ich will als ich will und sagt hey in game ich werde dich ja ich kann alles machen aber er macht es nicht weil er ist nach dieser hunde machen lassen wir es geht das war's mit der folge da kommt mein text seiner ich muss man ich muss über theater ich muss meinen text üben abonniert die glocke abonniert die körper und die sich in die hose ich sollte das nicht sagen ich packe dich kurz hier hin da kann ich nur kurz das hier machen weil das spart ich zeit so schlau wie ich auch nicht bin packe ich mir dahin das geht rein ich da lang warum hast du es gesagt eigentlich hast du vielleicht ist das ja erlaubt dann weiß ich wenn ich wenn ich muss aber gar nicht muss aber es klingt trotzdem geiler ich mache das gerne ich hab gern aber das heißt es nicht dass ich auf das sind das mal am tag zu machen das machst du das gegenteil hier war die kurze aufnahme 24 minuten das war's in dieser folge also gefallen hat lasst sagt ja guckt auf mein diskussion vorbei link in der beschreibung es werden die kontakt und das war gar nicht meinen eigenen youtube kanal machen soll und aktiviert um keine weiteren videos von mir wenn sie verpassen guckt auch meine anderen videos an guckt auch mein brodi vorbei der typ ist cool tschau